Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde LOL So, und wir sind diesmal dabei mit dem guten Werten Timo Und was gönnen wir uns? Ich hätte Lust da hier Items Das erste zu kaufen, das hier alles Stab der Lehre, Morrel, bla 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 Das brauch ich wohl nicht Und zwar versuche ich tatsächlich den AP-Bild von Timo zu nehmen So, wollte mir mal empfohlen, aber irgendwie mag ich es auch mit Angriffstempo Was ist da mit Fähigkeit und Angriffstempo? Das gefällt mir nicht Wäre sowas dann immer noch gut Zum Beispiel das wäre bestimmt gut Narschosszahn Dann lass uns doch Wow, riskieren wir es mal damit Als erstes Okay Wollen sich unsere Leute aufgestellt? Dann gehe ich einfach wieder nach oben Wenn die beiden sich da oben aufstellen Dann haben wir unser erstes Item gekauft Das, was gleich mal mächtiger macht In der Magie Aber ansonsten Okay, wir Gehen der auch lang Äh, zumindest Toll, ja, ich weiß Ist jetzt, wenn ich Viel zu spät gekommen Oh Ah, das Da kann ich leider nicht helfen Zack Und das Gute ist, äh, bei mir wird er wenigstens noch vergiftet Aber okay Vielleicht soll man so langsam Was jetzt? Als ob wir hier in Sicherheit würden Ja, okay Timo, top Oh, wo ich gegen zwei antreten darf Ach Ich freue mich jetzt schon Hey, du hast doch schießen können Timo Ah, der ist meiner Okay Los Ich habe schon in der Weile keinen Timo mehr gespielt Und jetzt ist der voll langsam Dieser Timo So, ja, ja, der ist so gut wie tot Ja Und wieder Plus gemacht Ah Aber ich mache hier kein Plus an Live Points Oh Meiner Oder auch nicht Das auch nicht Doch Obwohl der so wenig Live hatte Okay Der könnte nicht meiner werden Oh Okay Was machen wir jetzt? Ja, wir Ich weiß nicht, was ich machen soll Ja Ja Ja, werde ich hardcore angegriffen Ja, was Ich kann gerade nicht Oh Ja Okay Da fliege ich lieber Oh So Okay, okay Ich ziehe mich zurück Danke, dass du mir geholfen hast, mein Lieber Aber ah, nun wird nichts mehr mit mir hier und hier und so Und ich hätte gerne Schuhe Ich fühle mich irgendwie voll langsam Und vielleicht ein Heiltrank Ich fühle mich nämlich voll gemobbt Ja, diese Dieser Gegner Der mobbt mich Können wir nicht hier schon langsam hin Noch nicht Naja Ich höre Geschreie Gekreiche Von einer Person Okay Lass uns hier Weitermachen Okay Oh nein Nein, du triffst doch Ja Guter Timo Los Du triffst doch einmal Ja, da Noch einmal Ha So was von getroffen Was, was, was Ja, dann nicht Dann Bin ich hier wieder Ich soll vorsichtig sein Aber Naja, was dann Wenn die vorsichtig war Jetzt sind wir wieder Ab, bin ich abgehauen Und Vielleicht ist sie da jetzt Hier ist auf jeden Fall keiner Von meinen Truppen Tja Und statt mir Sind es dort jemand gestorben Bau Was machen wir jetzt Soll Soll der fliehen oder was Ich Ich verliere diese lane Komplett Mit meinen L4 Während caitlin Schon ultra viel hat Was denn Was denn Soll ich hierher Lassen wir uns mal hier kurz Den altar tun wir jetzt erstmal einnehmen Bin unsichtbar Oh Ja Okay So Würde sagen Das war erfolgreich Geld kassiert Schade So Ja Nochmal hier Mein gift Funktioniert eben sehr gut Aber gegen caitlin Das ist schwer Ja Ja Ist mir gerade so egal Okay Jetzt machen wir hier Kurze Ja Der bling Und Oh nein Da war zu nah am Turm Das glaube ich jetzt aber nicht Der war einfach zu nah am Turm Ja Mach doch so nah wie du möglich hier So Ich nehme Energie Ja Ja Der Turm glaubt mir auch alles So Ja Ja Hier weiter Das war doof Und geschafft haben wir es Ja Ja Kriegen wir auch Oh Okay Den nicht Schade War ja klar Dass da noch irgendwas ist Okay Kann ich jetzt fliehen Ja Kann ich Oh Seht her Die da unten haben Probleme Okay Ich habe auch Probleme Also die Gegner haben da Probleme gehabt Bei ihm Nicht ich Äh Nicht die Unsere Gegner Und Angriffstempo Hören wir uns auch mal Denn ich fühle mich Äh Nicht gut ohne Angriffstempo Ist ja schön Dass ich da meine Fähigkeitsstärke Verbesser Aber Das ist das erste Item Damit ich auch schneller zuhaumen kann Ist ja schön Das ist das wichtigste bei Timo Er braucht Äh Unbedingt Schnelligkeit Finde ich jetzt Und dembei dann noch Äh Schön Fähigkeit Und dann klappt das bestimmt sehr gut Okay Ja ja Das schaffen wir Oh Oh Nee Oh Glück gehabt Ja Okay So und hier noch mal Schön Ja Soll ich ihr mal helfen Ja Und die ist tot Sie ist sowas von tot Habe ich gemopst hier Haha Hahaha So Ja ja Lass sie in Ruhe hier Ja ja Nervigen Dinger So Haben wir ihn getötet Ha Dass die nicht geschafft haben Ich hab's geschafft Gemeistert hab ich's Ja So gut war ich So gut hab ich's gemacht Mit meinem Gift Hehehehe Und jetzt haben wir überall Pilze So Ich lass hier nicht Die Gegner Irgendwohin Okay Das ist okay Ja 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 Ich habe Angst vor ihr Ich schwör die ist so ein guter Konter gegen mich Ich weiß nicht was ich machen soll Die hat eine Reinweite Eindeutig hat sie die Ja ja komm No Meiner So Okay Noch mehr Gift Oh 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 Natürlich Alle drei Hat dir überhaupt jemand gesagt Das ist Ein Mist Ausgesprochen Oder so Nein Das war wohl die Rache Dass ich hier Einen ihrer Leute getötet hab Aha Das war so ein schönes Vergnügen Ah Ihn Gemeinen Kerle Gegen drei hat er absolut keine Chance Mein Naschohr Wenn ich den abwitzge Abwitzgegen Gleich zurück Normale Angriffsversuchung Beim Drachen 15 Plus Fähigkeitsstärke Zusätzlichen magischen Schaden Ich finde das genial Okay Also wir müssen jetzt aufpassen Wie es aussieht Ja Ich bin hier unterwegs Einfach mal so Okay Dann muss ich noch nicht mal unterwegs sein Ja Ja Was machen wir jetzt Nichts Den Kellen ist hier nicht dabei So Aha So Ja komm doch her Mist Stück So Ich werde jetzt Den Turm öfters beleuchten müssen Den wir hier überall Aha Geil Oh 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 Ich hasse Ari Verdammte Ari Verdammt Mit ihrer Magie Die Tötet er mir quasi sofort Mit ihrer verdammten Magie Äh Ich hasse das Ich hasse ihre verdammte Magie Aber wir haben Abklingzeitverringerung dazu geedit Das bedeutet wir können jetzt unsere Dings öfters gönnen Ja Ich fürchte Da passiert nicht mehr viel Mit unseren Leuten Die schaffen ja gar nichts Ja egal hier Kriege ich Schaden vielleicht Wahrscheinlich aber So Und weh Oh ich habe kaum Schaden bekommen Dann können wir ja weitermachen Äh was ist unser Ziel Ja Das ist jetzt eine gute Frage Ich habe da einen Pilz gesetzt Da auch Okay Wir setzen hier auch noch einen Pilz Und ich würde sagen Wir gehen nur noch in Teamkämpfe hinein Da war auf jeden Fall auch einer Aha Siehst du Da sammeln die sich jetzt Ja Die sammeln sich sowas von Aha Aha Ja Oh oh Okay Die sammeln sich Und Töte sie Töte sie doch Oh das gibt es nicht Das gibt es doch nicht Das gibt es nicht Wieso Kann er Niemanden töten Ich bin der einzige Bisher jemanden getötet hat Das ist unglaublich Dieses Team ist unglaublich Und ich wollte helfen Ich wollte helfen Für nichts Für den Tod Oh Gott Blablablabla Ja ja Das kann der Gegner Türme zerstören Wenn wir nichts können Ja ihr seid so doof Ja Hier ist kein Pilz mehr Okay Ja 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 Wir setzen hier Sollen wir mal hier wieder Ne geht nicht Okay Ich setze mal hier einen hin Hier ist scheinbar niemand Aber sowas natürlich Wie ich das hasse Das muss ich tun Okay Habe hier überall meine Diesmal kann ich gegen Ari bestehen Weil ich habe meinen Dings wieder Okay Nidalee Du kannst gegen Catelyn sehr gut Habe ich gehört Ja 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 Ich mache jetzt auch einfach mal So Gönnt uns Mein Farm ist so mies So mieser Farm No Schaut an Mein Farm 31 Gramm Ah ja War klar So Ah ja ja Gönnt mir den Schaden hier überall Warum ist mein Pilz hier weg? Äh Was jetzt? Aha Ja Hier Gönn dir Ja Genau Du Idiot Bist du ein Bot? Bist du ein fucking Bot oder was? Was war das? Oh Gott War das schlecht Das war so schlecht Für meinen Typis Das Er hat doch gesehen Dass ich drauf Hatte überhaupt Kann er sehen? Ich hätte vielleicht Mich bemerkmal machen sollen Bei irgendwas Ja Hätte Hätte Jetzt können wir irgendwie Schneller angreifen Aber Na gut Wir holen uns auch etwas mehr ab Wo gegen Catelyn Die ist auf Angriff Spezialisiert Mistkerle Ja hier So Ich auch Warum? Ich habe alles gegeben Und trotzdem bin ich einfach gestorben 5 Die ist gefiedert Oh Gott Level 10 Level 9 Oh Das sieht wirklich schlecht aus Ja da kann ich Timo nicht austesten Ob das jetzt gut ist Mit seinem Team Oh immerhin Hat der eine auch jetzt Dreimal die man getötet Während Nidali gar nichts kann Gar nichts macht Zumindest Ja Okay Was machen wir jetzt Soll ich hier mithelfen Schamba Machen wir So Okay Was wir müssen uns auch hier überall Pilze mal hinsetzen Überall Ich schwöre Da laufen die mich überall rein Immer wieder Kann ich da jetzt aber so Nee Natürlich Obwohl Das Ari Aha Aha Ja 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 Komm doch her Ist sie das Ist sie tot Nee So Sollen sie hier Die sind kommen natürlich Hätte ich sehen müssen So Ja Wir könnten so reinrennen Eigentlich theoretisch Aber Natürlich nicht mit ihr So Hier gehen wir noch mal her Das ist ein guter Punkt Nämlich Aha Okay Ja War ja klar Die Entdecken jetzt meine Dings hier überall Da So Aha Ich bin sofort gestorben Er auch Das gibt's echt nicht Ich Na gut Wir terminieren uns gleichzeitig Quasi Wir haben uns Obwohl sie Nee Ich sterbe sofort Oh Was machst du da Wie ist das denn passiert Wieso hat sie sich da rausgeschlichen Aus ihrer starken Form Ich verstehe das echt nicht manchmal Okay Wir können uns hier ein bisschen Naja Was soll man sagen Aber ich brauche gar keine Heiltränke oder Weil irgendwie Schützen die mich jetzt auch nicht besonders gut Nicht wirklich Nee So Im Moment verlieren wir aber irgendwie nicht die Lanes oder sonst was 43 Oh Gott bin ich Hinterher Okay da ist ein Pilz Ja Okay Hier setzt ihr nochmal ein Pilz hin Ja Immer gut Alles im Augenblick Oh 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 Okay Hab hier noch ein Pilz Okay Da musst du echt aufpassen Das ist Aufpassen hab ich gesagt Aber nee Ich dachte ich sei auch hier Ja Töte die beiden Auch wenn es so einer war Und dann stirbt er Das ist einfach zu stark gefietet das Viech Die LeBlanc 572 Das ist unglaublich schlecht Ich Weiß nicht was ich machen soll gegen die Echt nicht LeBlanc Die ist auf Magie Ich weiß es schon Was ich machen könnte Katelyn dagegen wird bestimmt nicht mehr so stark sein Aber Ari ist auch unglaublich stark So Wir töten hier aber die Gegner Auf jeden Fall Oder auch nicht ganz Oh man Okay Ich sehe hier keinen mehr Ich fürchte Ah Hier ist Hier setzt ich den Pilz auch hin Okay Das Ari auf jeden Fall irgendwo Aber wo Wo könnte Ari sein Nicht hier in der Nähe gerade Okay Ja ich brauche auch irgendwie Farm und Geld Haben wir beides nicht Habe ich beides nicht Ja Also muss ich mich ja auf irgendjemanden verlassen können Okay Er wills Er wills hier unbedingt Und nein Ist nichts draus geworden Tut mir leid Ja ja Wir töten hier dafür die Gegner Die Minions Aha Oh 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 Das gibt's doch nicht Was ist das für Fähigkeit Ist ja unglaublich Das ist der richtige Bestimmt da oben Oder auch nicht Aha Aha Okay Ja das ist unglaublich Der ist tot Der ist so gut wie tot Ja war klar Ich glaube nicht Dass dir sehr Diablo Diese LeBlanc Hat Fähigkeiten Die über mein Verstand Hinaus gehen Habe noch nie gegen so eine LeBlanc Allein gekämpft Die mich einfach mal In einem Hieb zerstört Was soll ich denn machen Ja 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 komm her So Ja Dich kriege ich aber locker tot Sowas von locker Kriege ich die auf jeden Fall tot Aber der Rest Wie soll ich den Rest töten Ja hier gehen wir auch extra mal rein Lass uns Lassen die Falle zuschnappen Und gehen dann hier Energie schnappen Kann man nicht mehr Habe ich den schon Habe ich schon Äh den habe ich noch nicht So Dann gönne ich mir den doch Und dann haben wir Zonja Dann kann ich Gegen Diablo Wenigstens mal eins drücken Immer Und hoffen dass das Dann auch funktioniert Okay Wir Tun auf jeden Fall Hier Was hinsetzen Und hier Und laufen hier lang Verbündeter Tod Yippie Okay Ja Komm da nicht hinterher So Ja Vergifte Stirb Stirb durch mein Gift Alter Okay Jetzt fliege ich aber lieber Auch Den nehme ich noch mit Oder auch nicht Jedenfalls haben wir Ari getötet So Oh ja Junge Ari ist tot Das gehört gut Mein Gift ist schon sehr stark Muss ich zugeben Haben wir schon Ja haben wir Gegen Caitlyn Und gegen Ari kann ich gut ankommen Aber gegen den Rest Gegen sie Die LeBlanc Gibt gar nichts Das ist furchtbar LeBlanc ist furchtbar Furchtbar stark So Ja Okay Los Töten Was soll ich machen Die sind zu stark Hier Okay Nur der eine ist zu stark Ja ja Hier Gönn dir Oh mein Gott Okay Das hast du schön gemacht Weil ich bin eher So ein einzelner Typ Also Für Einzel Damage Aber hier Auf 1 bitte Auf 1 So Und das nächste Ist hier Dieser Lernstab Bei der Höllenzepter Meine ich Bei der Höllenzepter Ist sehr gut So Ja Hier Ja Oh Gott Die tötet mich Das gibt's nicht Das gibt's nicht Ich dachte ich sei stark genug Für sie Dachte ich War ich wohl doch nicht Äh Wie konnte ich mich so täuschen Und das obwohl ich gerade Schaut Warum ist sie so stark geworden Das ist unglaublich Hardcore Das hat sie auch noch geschafft 7 9 3 0 6 2 Wow Best sind die Alli Aller Zeiten Tod Also klar Ja Dieses Spiel ist vorbei Meine lieben Leute Das war eine furchtbare Niederlage Aber ich sehe schon Dass Timo gegen Ende Ziemlich stark wird Ja Aber wir können alleine Natürlich hier nichts machen Ja Ja Oh nein Ich sehe ihn doch Doch nicht mehr Dann wir sehen den Rucksack Immerhin Ah Liebe Leute Ich hoffe euch Ihr habt trotzdem irgendwie Spaß gehabt bei der Folge Äh Ein Däumchen wäre jetzt nett Ein Kommentar Und wir sehen uns dann Bei der nächsten Folge Da probiert nochmal Timo aus Und bleiben wir ein besseres Team Bis dann also Euer Masterhof Ciao